23 11 ja gut dann nehme ich dann direkt das gucke ich jetzt mal dass ich engelherz auf besser das problem an der sache ist natürlich jetzt oder jetzt ich vermute mal das wird sich lohnen aber wahrscheinlich erst janz janz später bonus 1,5 ich würde ganz gerne 1,75 ja es wird besser regenbogen gelegen rein damit bonus mal zwei glasfaserkabel booster ich gucke mal ob muss dann ich vielleicht noch ein panzer ich mal hier ich gebe meine silber armenreif ich habe irgendwie das gefühl die manche sachen sind hier überhaupt nichts wert ich behalte das ding mal noch speichern jawohl reichten moment reicht das schon um besser zu sein engelsherz 12 12 wieder grizzly 30 30 klappt ja wieder super aber wir haben zumindest belladonna jetzt schon mal auf stufe 3 theoretisch könnte ich hingehen und noch ein bisschen sammeln und dann auf stufe 4 hoch knallen aber ich meine die pistole haben wir auch erst auf stufe 3 aber die haben halt auch geile nebeneffekte da darfst du halt nicht vergessen okay hier ist diesmal nichts du 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 ich dealing Es gibt keinen Sinn, wenn ich mich verliebt habe. Du bist egal, du bist egal. Lass uns die Kriege zu schlafen. Hm. Nora war noch stärker als der Krieg. Sie hat... Sie hat gesagt... Das war's für heute. Das war die Anarchen-Sie. Ich bin an der Anarchen-Sie. Es ist ein Anarchen-Sie. Es ist ein Anarchen-Sie. Wo ist das? Wer ist das? Ich bin ein Anarchen-Sie. Die Stadt ist unsere Stadt. Sie sind die Stadt. Sie sind die Stadt. Das war's für mich. Abonnieren Sie dann auch noch einen Atmen, wie sie unterhält. Soll es schon Makesleses sein? Weil sie so sehr angeschaut haben ... Als wir zum Lockdown haben, ist das Hope. Fülix Gain, 35 A. Ja. Dann ist sie später. Fângl, danke dir. Ich tue das Mal. Das war's für mich. Ich habe glaube ich was anderes im Kopf. Das wird kein gutes Erwachen. Oh cool, jetzt spielen wir mal die. Die leicht bekleidete Dame. Aber gut. 2800 Kristallpunkte. Ja, was haben wir denn hier bei ihr? Verteidiger? Really? Okay, ihr werdet schon wissen, was er damit macht. Ich werde sie trotzdem erstmal auf Angriff zu ballern. Shock Impact. Wobei ich mit dem Gedanken spiele, kann die nicht vielleicht? Ausrüstung. Klingenlanze. Was zum? Okay, ich glaube die Dame braucht keinen Stab. Inventar, Waffen, Klingenlanze. Das ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Hat die Dame denn... Accessoire hat sie natürlich keinen. Scheiße, was geben wir ihr denn? Ich wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was ich ihr gebe. Ähm... Nommakeilring, Wasserresistenz... Ich würde ihr jetzt per se, glaube ich, erstmal den Carbonreif geben. Flor in Notlage, Feuerresistent... Physische Resistenz plus 10%, physischer Schaden minus 5%, äh, minus 5. Könnten natürlich auch auf Schwarzgurt gehen. Da sind wir halt nur leichte Beute gegen Mages, ne? Ich probiere mal den Schwarzgurt. Wenn die hier Verteidiger sein kann. So. Spicer. Jawohl, ja. Mrs. Fang. Ach du Scheiße. Scheiße. Okay. Mach ich jetzt einen auf Dash. Uh. Heidel. Ah, wir können auch noch. Waren wir das jetzt oder war das Lightning? Okay, wir haben ein Team aus Glaskanonen. Ist schon gut, dass wir... Ich hätte... Ja, ich hätte aber auch die Falschen angegriffen. Ah. Heiler. Na, komm her. Genesumswall. Geblockt, verfehlt. Wow. Das ist auf jeden Fall... Die gefällt mir besser als Verteidiger als Snow. Ganz ehrlich. Bam. Klingenstab. Zack. Wie aus so einem alten chinesischen Film. Kapang. Dann zeig mal, was du drauf hast. Kleiner, Mann. Aber ich mach mir gerade echt um Snow sorgen, wenn ich das mal gerade so einwerfen kann. So. Hallöchen. Was haben wir hier? Nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall zuerst die kleinen Freaks da platt machen. Oder wir kämpfen nur gegen den. Wir kämpfen nur gegen den. Oh. Krass. Krass. Ähm. Was machen wir denn jetzt für einen Schaden an dem bitte? Ich erinnere, wo wir uns eben das Ding beschwören mussten, um den platt zu kriegen. Und jetzt machen wir den einfach so platt. Das finde ich aber deutlich unangenehm. Das macht die Sache von eben nur noch peinlicher. Ich mag die. Ich mag die. Ich mag die irgendwie schon jetzt. Die habe ich irgendwie schon in mein Herz geschlossen, die Dame. Der Charakter ist irgendwie ganz lustig. Schade. Drei Knüppler und ein. So. Erstmal auf die Jäger. Zack. Jetzt hier mit dir aufs jäsicht, my friend. Ins jäsicht. Akku Aratek. Tief. Boom. Das sieht so geil aus, wenn ihr die da oben schlägt, ne? Es tut mir leid. Es sieht einfach nur so geil aus. Oh. Guck uns mal da. Uh. Oh. Heiler. Oh. Provozieren. Kommt her. Heil dich mal, Lightning, bitte. Na, komm her. Vita-Sphäre. Juhu. Ach, das heilt mich sogar. Oh, das macht mir ja noch mehr Spaß. Das finde ich ja richtig geil. Ein Tank, der sich sogar selber heilen kann. Das wird ja immer besser. Nicht nur blocken kann die Dame gut. Na gut, dafür hat sie aber auch weniger Leben als nur. Das darf ich auch nicht vergessen. Was? Was? Wir sind jetzt fertig. Einsatz mit Dix. Das war wohl nichts. Der darf auf keinen Fall Operation Nora ausführen, der Hope. Dix. Was ist das? Ach... Ha... Woher ich sage? Ich bin so viel zu Hause, aber ich bin genauso Lucy. Ich bin andere... Werden wir sind, kein Mensch für den Krieg. Der Stadt ist Granpals. Was ist das? Ich bin mit der Bühnen. Ich bin mit dem Gräufe. Ich bin mit dem Gräufe, als ich mit dem Gräufe bin. Aber ich habe mich geöffnet, weil es ein Glück geworden ist. Wenn ich das Glück habe, wird das Glück geworden. wird das Glück geworden. Das war's für heute. Ah, ich gucke mich nicht mehr an, was ich? Ich bin, wenn ich mich noch nicht, was da angekommen bin. Was ich für mich selbst für deinem eigenen Geist? Ich bin es für mich. Ich kann mich noch nicht mehr so machen. Ich will, mich und mich wieder auf mich zu verlieren. Ich bin da, was ich nicht zu für mich? Ich bin da, aber ich möchte mich, die Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017